Jetzt nicht, weil jetzt ist zu spät. Aber an der richtigen Stelle, versteht sich. Und jetzt, liebe Leute, weiß ich auch endlich, wie man das macht. Hier sollte man Stasa anwenden, aber keine Lust. Genauso, wieder oben. Brauchen wir nicht. So, jetzt sind die Gravitationsstrahlen ausgeschaltet. Ich hole mir das mal eben her. Ja, zuisch. Was ist mit dir los? So, wo warst du? Hier war noch einer. Das weiß ich. Das weiß ich. Bot, 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 bot. Wo bist du? Komm her. Komm her. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ah. Raau. 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 So. Und jetzt muss ich die Teile irgendwie ausschalten. Weil ich muss den SOS-Sender ja da oben an dem Teil befestigen. Deshalb hoffe ich, wenn ich jetzt zurückgehe, ist das die richtige Vorgehensweise. Dass ich dann jetzt auf die andere Seite gehe und mich umschaue, wo ich dann nochmal rauskomme. Hier. Na? Hier scheint gerade keiner herzukommen. Aber ich glaube, ich habe doch was gehört. Na? Wie ein Magier schwingt er seine Hand von links nach rechts. So, dann schauen wir jetzt mal nach, ob wir das Teil jetzt aktivieren können. Weil die Gravitationsstrahler, oder was das eben für Teile sind, haben wir ja gerade ausgemacht. Ausgemacht. Aus die Maus. Auf damit. Auf. Strahlen müssen deaktiviert sein. Zwei habe ich erst deaktiviert. Wo sind denn noch andere Strahlen? Hä? Also... Die Teile? Strahlen, Strahlen, Strahlen. Zwei habe ich ja schon abgemacht. Na ja, na ja, na ja, na ja. Muss ich auf jeden Fall dann doch nochmal zurück. Tut mir leid, Leute. Dann war das gerade doch nicht so die richtige Idee von mir. Ein Irrweg bin ich gegangen. Dann nehmen wir wieder den Strom mit. Wuiu. Babadadada. Dadadadada. Dadadada. Dadadada. Rein damit. Rauf mit uns. Ah, äh, runter mit uns. Japp. Und weiter geht's. Wow. Wow. So. Und jetzt? Eintritt. Schwerelosigkeit. So. Den habe ich ausgeschaltet. Genau wie den da oben. Dann schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden. Und hier sind noch so Strahler. Ich kann natürlich jetzt auch sehr krass versuchen, schnell da drauf zu kommen und... dass ich versuche, den SOS-Sender da dran zu stecken. Nee, hat nicht so ganz geklappt. Ich bin zu früh gesprungen. Ich habe gedacht, das dreht sich früher. So ein Mist. Da sind aber auch vier Strahlen dran im Moment hier. Okay, das ist... Gut, das ist auf jeden Fall gut, dass hier... dass wir die Teile hier dann schon kaputt gemacht haben. So, dann warten wir jetzt eben mal. So. Das dauert zu lang. Verdammt. Aber wie mache ich die Teile dann ab? Ich hätte doch noch besser aufpassen sollen bei dem, was die gefaselt hat. Ah! Scheiße! Flieg, mein Freund! Flieg! Passiert irgendwas mit dem jetzt? Hätte ich genügend Zeit, wenn ich das hier an der Seite mache? Ich glaube zwar nicht dran. Das reicht nicht. Das passt nicht. Wenn sie nicht auf die Oberfläche springen können. Ja, super.